Was ist mein Turm? Ja, mein Turm. Gefunden witzigerweise auf Ebay England. Sehr komisch gewesen. Irgendwelche Sachen gesucht, weil am englischen Ebay findet man immer Schönes. Und auf einmal kommt mir der Berchtelsdörfer Turm entgegen. Auch noch sehr günstig, da dort wohl die Nachfrage nach dem Turm nicht so groß war. Ich glaube, ich habe es zum Aushoffungspreis gekriegt. Ja, der Turm ist für mich überhaupt so eine Geschichte. In der Weingasse wohnend, Schlafzimmer, Fenster, Blick auf den Turm, es prägt schon einmal. Und ich kann mich erinnern, vor 100 Jahren irgendwann, also ich war ja selbst nicht im Gymnasium da oben in Berchtelsdorf, sondern ich war noch der letzte Aussiedler Richtung Mödling. Aber bei der Schülerzeitung habe ich mitgemacht. Und da haben wir einmal den Katz Berger interviewt. Und der hat gesagt, mein ganzes Leben dreht sich um den Turm. Und wir haben uns damals gedacht, der alte Trottel, was ist denn das für eine Perspektive? Das ganze Leben dreht sich um den Turm. Mein Alter versteht man es. Ich könnte es jetzt von mir auch ein bisschen so behaupten. Also das halbe Leben dreht sich um den Turm. Teilweise bin ich ja im Waldviertel. Aber meine Veranstaltung in der Burg und so weiter. Und die heurigen Runden, die man zu Fuß macht, da sieht man den Turm noch. Ja, schöne Geschichte. KOMM.